Leute, heute umschreiben nicht gegen Peter, gegen Peter ist zu einfach ehrlich gesagt, sondern gegen jemand anderen. Hände hoch oder ich schieße. Leute, heute kommt umschreiben gegen Niko, weil gegen Peter, der sei ehrlich gesagt, gegen Peter ist zu einfach. Ist einfach so. Und bevor wir es vergessen, Crude Samba auf 3, 1, 2, 3. Crude Samba! Liebe Leute und damit herzlich willkommen, man. Ich freue mich hier im Crude Samba wieder dabei zu sein. Das ist mir scheißegal, so. Was ist umschreiben? Wie geht umschreiben? Umschreiben ist ein Format auf meinem Kanal, was schon öfters kam. Gebt mir trotzdem die Zeit, damit ich es kurz erklären kann, für neue Zuschauer. So, es läuft ab. Umschreiben geht folgendermaßen. Spendi hat hinter der Kamera 15 Begriffe aufgeschrieben, die er umschreiben wird. Und derjenige mit? Der den Begriff verraten. Und er wendet mehr. Ich würde sagen, wir langen gar nicht, wir langen rum. Wir legen los. So, seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit. Es ist keine Flasche, aber... Dichdose! Ja. Und hier wird rasiert, meine Damen. Es geht los. Warte mal, warte mal. Nächster Begriff. Es sind Unterlösche, Arbogen und Boxschotten. Boxschotten. Eine Kopfbedeckung. Mütze. Kep, hey, Kep, 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 Kep. Äh, D, H, Snapback. Snapback. Ja, Snapback, Back. Snapback, Back, yeah, Snapback, Back. Man schreibt zum Beispiel darauf... Kugelschreiben. Äh, Blatt Papier, Pyrus, Papyrus. Aber es ist anderes Papier, das benutzt man... Papyrus, Pappe. Um sich zum Beispiel hygienisch zu halten. Äh, Tonant Papier. Feuchtalte Papier. Feuchtalte Papier, Taschentuch. Nach einem Geschäft benutzt man dieses... Toilettenpapier. Feuchtalte Papier. Feuchtalte Papier. Feuchtalte Papier, Tuch. Einfach ein anderes Wort. Klobapier. Ja. Boah. Es ist ein Behemter. Becher. Man entsorgt dort Sachen. Ähm, Mülleimer. 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 Oh. Ich bin heute nicht da, Mann. Ich schau dich an mit solchen großen Augen, aber die Begriffe sind nicht da. Du hast aber doch richtig. Ja, ich hab's richtig. Aber es müsste geschossen kommen. Also. Komm, geh dir doch in die Hose scheißen. Hab ich schon. Mann ist zum Beispiel in einer bestimmten Richtung tätig. Bumm. Wenn man sagt zum Beispiel, ich bin jetzt... Firma. In der Spiel... Gamer. Branche. Branche. Ja, okay. Das war okay. Branche. Ja, Branche. Vor jedem Film im Kiel... In Werbung. Werbung. Hey. Was hast du denn gesagt? Was für jeden Film vor jedem Film, Digga? Intro wahrscheinlich, oder? Es ist Schminke, okay? Schminke, Schminke. Aber kein Lavello. Lippchen. Ja. Hey, komm schon. Nein! Hals, Maul. Es ist ein Tier... Panda. Giraffe. Eisbär. Katze. Das ist ziemlich schnell. Der. G-Pop. Juerga, Jaguar. Okay, warte. Wenn die Energie im Haus ausfällt... Strom ausfällt! Dann benutzt man ein Gerät... Verschnappe. ...das die Energie wieder herbringt. Generator. Stromgenerator. Da fehlt noch ein Wort. Notfallstromgenerator. Strom. Hals, Maul. Es ist jetzt kein Tier... ...dein gesetzten Gerät... ...aber es trägt den Namen eines Tieres. Uru. Oh nein. Ein Gerät. Uru ist ein Gerät. Maus. Maus. Es trägt den Namen... ...eines Ladens, ja. Aber es handelt sich hierbei um was anderes. Supermarkt. Wir haben zum Beispiel die Erde. Wir haben einen Mond. Saturn. Hello darkness, my old friend. Hals, Maul. Es ist eine Auszeichnung, die Influencer bekommen. Friedensumelpreise. Wer? Influencer. In unserer Branche. Eine Million Button. Subscriber Button. Play Button. Play Button. Ich sehe das Ganze von hier oben. Ehm. Was will ich mit dem? Eine Million. Cash Money Raging Team Team Team. Hals, Maul. Wenn man eine Party schmeißt, dann darf die wichtigste Person nicht fehlen. Gastgeber. Nein. Michael Jackson. DJ. Ja, das ist der DJ, mein. Michael Jackson wäre vermutlich auch richtig gewesen, dann als zweiter Punkt. Michael Jackson. Michael Jackson. Ja, Michael Jackson. Leute, ich würde sagen, das war um Schreiben. Punktestand sehen wir jetzt. Leute, falls euch die Episode umschreiben gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Schaut bei den Jungs bei der Crew Zember. Geht weiter jetzt. Schaut bei mir vorbei, Leute. Bei mir gibt's die nächste Episode von umschreiben heute. von�. Ich hab's mir gesagt, dass ihr noch ein Video macht. Wie gesagt, da obener unblogen. Bis zu uns wieder. Morgen im nächsten Verband, wenn's wieder heißt. Kuh Zember nimmt's auseinander. Leute, ohne ihr wissen, wir werden die Szene ratieren. Wir werden alle noch duft kucken. Mit euren Rotz-Advent-Kennen, wo es gerade mal 24. Die Videos gibt dir besser. Bei uns gibt's auch 24. Ja, aber bei uns gibt es 96.